Ich bin auf dem Mond im Vanilla Minecraft. Das hier ist nämlich der April Fool Snapshot 2023. Dort gibt es ein Voting-System im Spiel, wo man für hunderte von Features voten kann. Es gibt Features wie Minecarts mit Rädern, Bienen als Luftballons, Graveling Hooks und Windmühlen-Modus. Außerdem kann man jetzt Luft craften, Fischen ist OP, es gibt einen Block, der Badrock zerstört und alles, was man anfasst, wird zu Gold. Blöcke, Items und sogar Mobs. Minecraft hat auch Rubies zurück zum Spielen zugefügt und es gibt Potions, die einen durch Trinken riesig oder richtig klein machen. Und die kann man sogar auf Mobs werfen. Wenn wir gerade bei Mobs sind, mit einer anderen Potion kann man sich in jedes Mob im Spiel verwandeln und das Beste, man kann einfach zum Mond fliegen. Sobald man über Höhe 700 ist, wird man in eine neue Monddimension teleportiert. Dort gibt es Mondkühe, die rückwärts laufen, die Welt besteht aus essbarem Käse, wodurch man einfach Half-Slaps machen kann und es gibt Roboter, aus denen diese riesige Animation entsteht. Liked das Video und abonniert den Kanal für mehr.